Ich weiß nicht, ob ich weinen, lachen oder vor Wut schreien soll. Es ist... Ich glaube, ich bin sogar ein bisschen enttäuscht. Was geht ab, liebe Leute? Und herzlich willkommen zurück zu einer exklusiven und breaking-News-Ausgabe von den Weekly Vegans. Eigentlich wollte ich heute ein ganz anderes Video hochladen, was mit diesem Thema überhaupt nichts zu tun hat. Und eigentlich wollte ich auch gar keine Weekly Vegans-Ausgabe heute drehen, sondern erst nächste Woche wieder. Dadurch, dass sich das jetzt aber irgendwie alles am Wochenende so ergeben hat, habe ich mich einfach so getriggert gefühlt, dass ich heute meine Gedanken mit euch gerne teilen möchte diesbezüglich. Jetzt ist es eine absolute Peinlichkeit nur noch. Lasst es mich versuchen, ein wenig in Gedanken und in Sätze zu formulieren. Ich hoffe, ich will hier jetzt keine komischen Worte oder so, die ziemlich krass werden könnten, weil ich echt eigentlich komplett außer Rand und Band bin. Aber die, die die Weekly Vegans schon ein wenig verfolgen, die haben ja auch mitbekommen, dass ich schon mal über Burger King gesprochen habe. Die Problematik hier ist natürlich, weil wir uns hier in einem veganen Bereich bewegen, dass sie unter anderem einfach es total verkackt haben, den veganen Markt in der Systemgastronomie ein wenig einzuschleusen. Für alle die, die es nicht mitbekommen haben, das wurde dann so groß gemacht und die Welle ist so groß geschlagen in den Medien, dass tatsächlich das V-Label, also das vegane V-Label der Firma entzogen wurde, weil das einfach Umstände waren, die einfach nicht vertretbar sind. Wisst ihr was, bevor wir da jetzt ins Detail reingehen und die Geschichte ein wenig fortführen mit den veganen Sachen, geht es hier erstmal um ein, zwei allgemeine Sachen. Es wurden nämlich wieder Mitarbeiter in verschiedene Filialen einzeln eingeschleust. Da sind auch Sachen zu sehen, die einfach ultra eklig sind. Zum einen wurde da aufgedeckt, dass wenn jetzt zum Beispiel die Sachen, die Beilagen auf den Burgern, wie zum Beispiel Salat, Tomaten, Jalapenos und so weiter, alle müssen ja frisch aufgeschnitten werden. Und da wurde auch aufgedeckt, dass tatsächlich diese Behälter, in denen die Beilagen reingetan werden, die haben immer so ein frisches Etikett, sodass immer gesehen werden kann, okay, wann wurde das aufgeschnitten, wie lange steht das da schon drin und wann ist es abgelaufen. Wenn es abgelaufen ist, ist es logischerweise nicht mehr brauchbar. Also was muss gemacht werden? Man muss es wegschmeißen und man muss es neu aufschneiden und dann wieder in die sauberen Behälter reintun, damit es wieder neu aufgelegt werden kann. Was ist hier passiert? Es wurde dokumentiert per Video, wenn das erste frische Etikett abgelaufen ist, gehen Sie zu dieser Etikettmaschine und stellen die Zeit einfach auf die aktuelle Zeit und nehmen das alte Etikett einfach von dem Behälter weg und kleben es einfach neu drauf. Es ist unglaublich und das passiert von morgens bis abends, weil alle Sachen, wie zum Beispiel die Tomaten, werden morgens um 8 Uhr das erste Mal aufgeschnitten und da werden aber nicht nur ein paar aufgeschnitten, sondern alle. Ich bin schon außer Atem hier. Und das wird bis zum Abend einfach durchgezogen. Der alte Salat wird irgendwie auf den neuen irgendwie drüber gekippt und alte Zwiebeln werden nicht komplett entsorgt und da werden einfach frische Zwiebeln mit drüber gelegt und es ist einfach nur total ekelhaft. Dann sind auch noch solche Sachen aufgefallen, wie, dass die Mitarbeiter zwar keine Handschuhpflicht haben, wenn sie die ganzen Burger zusammenstellen etc., aber dort wurde halt gesehen, dass die Leute sich über den ganzen Tag nicht einmal am Waschbecken, was by the way auch noch komplett eklig aussieht, nicht mal einmal die Hände waschen. Und jetzt setze ich dem Ganzen noch einen drauf bezüglich Hände und Händewaschen etc. Wenn die Leute dort auch die ganzen Fleischsachen und die ganzen Vegansachen, die sind ja auch alle in so Behältern drin, in so kleinen Pfannen und so, die warm gehalten werden, was ja auch schon ein bisschen fragwürdig ist. Aber dazu komme ich auch gleich noch. Das ist komplett, die sind komplett am Arsch, muss man wirklich sagen. Da nimmt sich tatsächlich ein Mitarbeiter aus diesen warmen Behältern mit den nackten Fingern einfach ein Stück von so einem veganen Patty oder von so einem Fleisch Patty, zerkleinert das irgendwie mit den Händen und isst das so und wäscht sich danach nicht mal die Hände und macht dann einfach weiter mit diesem ganzen ekligen Zeug, was sie da behandeln. Und das geht wirklich so weit, dass die Mitarbeiter tatsächlich nicht nur dort sich beim Fleisch bedienen oder an den veganen Patties, sondern auch mal Pommes essen und einfach mal aus den Fritteusen und aus diesen Behältern nehmen und sich einfach bedienen, obwohl sie das gar nicht sollen und dürfen. Waschen sich danach einfach nicht die Hände. Es ist einfach, es ist unglaublich. So und für alle die, die jetzt nicht unbedingt vegan essen, aber irgendwie da Milchshakes oder sonst irgendwas trinken, passt auf, da ist der gleiche Mitarbeiter, der auch aus diesem Wärmepfangen Fleisch nimmt und mit den bloßen Händen und das isst und den Mund zuführt und sich auch mal an die Nase fest. Der gleiche, der nimmt sich so eine große Milchtüte, versucht den Behälter aufzubekommen, damit das umgekippt wird und das schafft er so nicht. Und was macht er? Er beißt, beherzt in diesen Deckel rein, damit er den Deckel mit dem Mund aufbekommt und die Milch dann sofort irgendwie in diese komischen Behälter reinfüllt. Da ist noch ein Rest Milch in diesen Tüten drin und trinkt die einfach aus der Flasche, aus diesem Behälter raus und wir bauen unseren Ekelfaktor jetzt ein bisschen auf, bis wir dann zu den veganen Sachen kommen. Musst es einfach machen, weil ich fühle mich irgendwie in der Verantwortung, weil ich ja auch ein bisschen darüber berichtet habe. Kommen wir einmal zu den Kühlhäusern, da wo alle frischen Salate und Verpackungen drin sind und Mayonnaise, gerade Mayonnaise, damit die Kühlketten sich nicht unterbrechen, weil dann ist die Gefahr groß, dass da sich Bakterien und allmöglichen Kram entwickeln kann, das einfach auch gesundheitsschädlich und gefährdend ist. Man sieht einfach, dass die ganze Zeit diese Kühlhäuser über einen längeren Zeitraum einfach offen stehen. Die Türen sind offen und diese Kühlhäuser, die haben ja Temperaturmesser innen drin und die wärmen sich bis zu plus 11 Grad auf. Man muss da eigentlich dann alles wegschmeißen und so, liebe Leute, für alle, die nicht nur vegan essen, sondern auch, die da irgendwie noch überhaupt die Idee haben, hinzugehen, um irgendwas dort zu essen, eine andere verdeckte Mitarbeiterin ist in eine andere Filiale gegangen und es gibt ja, wie vorhin schon angesprochen, diese Wärmepfannen für die einzelnen Fleischgerichte und Fleischpattys und die Vegan-Pattys und die sind alle natürlich separat aufgestellt. Einmal grün gelabelt mit allen veganen Sachen und einmal nicht gelabelt für alle anderen Sachen, für wie Rind und Chicken und allem drum und dran. Diese Wärmepfannen sind in diesen Öfen drin und da sind immer Uhren, um zu sehen, wie lange diese Sachen schon gebraten wurden. Diese Intervalle sind, glaube ich, so 20 Minuten oder so und danach muss das Essen, was dort drin ist, weggeschmissen werden, weil es danach nicht mehr gut ist. Wenn diese Wärmepfannen auf 0 runtergezählt sind, dann leuchten da Lampen rot, damit man weiß, okay, das ist abgelaufen, das muss weg. Was machen die Leute? Die Leute, die gehen dahin und drücken einfach wieder auf den Knopf, um weitere 20 bis 40 Minuten diesen Wärmeprozess zu verlängern, obwohl da noch altes Fleisch drin ist. Und das machen die so lange, bis das Fleisch wahrscheinlich alle ist und da wieder neue Sachen reingetan werden. Teilweise ist es sogar so, dass ein Mitarbeiter vorsorglich, in Anführungsstrichen, schon ein, zwei, dreimal auf diese Knöpfe drückt, damit diese rote Lampe überhaupt nicht aufleuchtet und irgendjemand auf die Idee kommt, dass das vielleicht abgelaufen ist. Es ist einfach unnormal ekelhaft. Kommen wir jetzt endlich zu dem veganen Ernährungsbereich, der in den Burgerfilialen von Burger King stattfinden soll. Wie eben schon am Anfang angesprochen und angeteasert, hat ja der Riesenskandal stattgefunden. Das vegane V-Label wurde dem Unternehmen entzogen. Die Hauptzentrale von Burger King in Miami hat gesagt, okay, wie können wir das Ganze jetzt komplett separieren, damit auch wirklich nichts mehr schief gehen kann. Also haben sie jetzt in den veganen Sachen diese Petersilien-Sprinkles, also die Schnipsel, reingemacht, damit man das ganz klar unterscheiden kann. Die sind noch ein Stück weitergegangen. Die haben grüne Zangen dafür extra, damit alles genau dafür benutzt wird. Die Fritteusen, die sind grün markiert und alle anderen Sachen, die für Fleisch etc. benutzt werden, die sind halt rot oder halt nicht gelabelt. Und das ist eine ganz klare Struktur, wo ich denke, okay, da kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen. Jetzt ist sogar noch krass, dass ein etwas höher gestellter Mitarbeiter auch ausgepackt hat, als das Hauptquartier gesagt hat, okay, wir wollen das jetzt in Deutschland fokussieren und uns konzentrieren, weil da auch eine große vegane Community ist. Und wir wollen das alles wieder gut machen, ein bisschen Schadensbegrenzung betreiben, damit das alles auch wieder irgendwie sich ein bisschen zusammenwächst. Wir wollen jetzt in der einen Filiale das mal stichprobenartig kontrollieren und fahren dahin, ob das auch alles wirklich so ist, wie es sein soll, damit wir einfach wissen, okay, dann passt das alles und die Prozesse sind alle so, wie sie sein sollen. Jetzt hat der Mitarbeiter ausgepackt, dass tatsächlich diese ausgewählte Filiale natürlich vorher schon bekannt war, weil die angerufen wurden. Dadurch, dass viele Tools und viele Hilfsmittel für den veganen Bereich einfach nicht da waren oder zu wenig, haben sie Filialen, Burger King Filialen im Umkreis angerufen und haben gesagt, hey, wir haben hier von zu wenig, da von zu wenig, könnt ihr uns aushelfen. Die haben dann alle Hilfsmittel zusammengesammelt und haben sie alle in diese eine Filiale, wo das Hauptquartier mit den Mitarbeitern hinreisen sollte, zusammengetragen, damit suggeriert wird, dass die ganzen Prozesse alle in Ordnung sind. Und natürlich konnten sie sich vorbereiten, den ganzen Laden sauber machen, etc. Und das ist einfach ein kompletter Scam und Betrug. Das ist einfach, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das Headquarter, also das Hauptquartier, hat dann natürlich gesagt, okay, cool, passt alles, da sind wir zufrieden, können wir wieder nach Miami. Unser Job ist getan, sowohl fürs Marketing als auch für die Abläufe und für die Zubereitungsprozesse. Die Stimmen aus den sozialen Medien, die häufen sich immer mehr und immer weiter, dass wie zum Beispiel die Plant-Based Nuggets nicht Plant-Based waren, sondern tatsächlich wieder Fleisch-Nuggets waren, Plant-Based Patties, auch keine Plant-Based Patties waren. In den veganen Burgern ist weiterhin irgendwie normaler Bacon gewesen. Da haben sie jetzt natürlich wieder Leute eingeschleust in die Filialen. Und was da rausgekommen ist, das ist eine bodenlose Frechung. Das Erste, was jetzt tatsächlich da aufgedeckt wurde, neu, Burger King entwickelt ja nicht nur ihren veganen Bereich weiter, sondern auch ihren Fleischbereich weiter. Und da soll es jetzt wohl eine neue Rezeptur, ein neues Produkt geben, so Cheeseburger, Cheese-Nuggets oder sowas mit Käse drin, ein, dumm und dran. Und dadurch, dass die noch relativ neu sind, für jede Wärmepfanne gibt es auch einen eigenen Namen, da wo das reingeschoben werden soll. Aber wenn es ein neues Produkt gibt, muss es ja auch eigentlich einen neuen Platz geben für so ein neues Produkt. Und das gibt es nicht. Also was wird getan, wenn da kein Platz ist und die Leute bestellen mehr Fleisch als Plant-Based? Dann werden diese Cheeseburger-Nuggets einfach in so eine grün Plant-Based gelabelte Pfanne reingetan, so eine Wärmepfanne und in den Plant-Based Wärmeschrank gepackt, damit sie dort warm gehalten werden. Was ich euch jetzt noch erzähle, das ist im Prinzip die Krone von allem Subtilen und Abartigen, was ich echt bis jetzt gesehen habe, mit eigenen Augen. Während des Zubereitens gab es in diesen Wärmepfannen, wo die Fleischpatties drin waren, hat er gesehen, dass auch in diesen Fleischpfannen auch Plant-Based-Patties mit einfach drin sind. Und er hat die Leute auch darauf aufmerksam gemacht. Und die haben einfach irgendwie das Ganze ignoriert, einfach weitergemacht. Und das wurde mehrmals über den ganzen Tag wirklich so gemacht. Das heißt, auch die Plant-Based-Patties sind in diesem Fleisch-Soup mit drin und werden einfach dann als vegane Burger mitverkauft. Dann gab es noch eine andere Situation, wo er mitbekommen hat, dass die Plant-Based-Patties in einer Pfanne für Fleischpatties drin ist. Und das wurde dann der Leitung erzählt. Und ja, was hat die gemacht? Hat diese Pfanne genommen, hat dann so eine Plant-Based-Pfanne genommen und hat die Sachen einfach darüber geschüttet und hat schön den Fleisch-Soup da noch mit drüber gemacht, über die veganen Patties. Und hat das dann einfach in den veganen Wärmeschrank gemacht. Und das andere wurde dann ausgekippt. Und da haben dann noch wirklich noch so Fleischreste unten am Boden angeklebt. Und es ist einfach nur ekelhaft. Und das Perverse an der ganzen Sache ist, Burger King hat ja verschiedene Franchise-Partner, auch in Deutschland. Nicht nur Burger King in Deutschland, sondern darunter noch ein paar. Burger King an sich wusste, dass da was kommt von Team Wallraff, aber die wussten nicht genau was. Versuchen immer sich da rauszureden, anstatt einfach mal zu sagen, okay, wir haben Mist gebaut, es ist scheiße und wir müssen da grundlegend was verändern. Und wenn ihr das nicht macht, dann müssen halt die anderen wirklich wie Team Wallraff oder sonst irgendwelche Leute mal gucken, dass das Ganze komplett überholt wird. Und das ist auch einfach das Gefährliche an solchen Franchise-Sachen, die so groß sind. Und wenn das einfach mit den veganen Sachen nicht passt, unabhängig von diesen ganzen anderen Hygienesachen, dann sollt ihr das einfach lassen. Nachdem ich das jetzt gesehen habe, es ist ein Ding der Unmöglichkeit und das geht so nicht weiter. Die müssen jetzt einfach mal merken, dass die so nicht weitermachen können, wie die Mitarbeiter da behandelt werden, wie die Umstände da sind, wie die Hygienegeschichten da sind, wie das Essen dort zubereitet wird, wie nicht darauf geachtet wird, dass alles separiert wird. Es hört einfach nicht auf und es wird nicht geändert, bis mal jemand wirklich den Hammer auf den Kopf haut und sagt, so, jetzt ist Schluss. Und meiner Meinung nach müssten die ganzen Sachen dicht gemacht werden. Es müsste alles komplett general überholt werden. Und dann könnte man vielleicht nochmal gucken, aber das ist absolut ekelhaft. Lasst uns gerne darüber sprechen im Kommentarbereich. Meldt mich ab. Wir sehen uns im nächsten Video. Und Finger weg vom Burger King. Ciao.